es ist doch geschafft das war ein verwirrte brandstifter habe ich jetzt alle verwirrte das ist schon erledigt alles klar Ja, was soll ich hier wieder? Oh, das geht nicht. Gut. Gut. Ich muss nur noch halten, also das kann ich. Uh, Heiler dabei. Okay. Uh! Oh! Hmm. ich muss das machen wie ein mana. ok mana regiert sich dadurch nicht. aber wenn ich nicht genug mana habe, macht er halt autoangriff. was vielleicht kein mana kostet. mischen Waren auf. ich weiß nicht ob ich hätte auch irgendwo tränke kaufen können oder essen oder irgendwas. erstmal bevor ich über starte gucke ich da lieber mal nach. das war viel silber. das war richtig viel silber. ich weiß nicht ob ich das war. ob ich vorher bleiben will ich werde das wahrscheinlich so machen dass ich von allen einmal was baue und dann je nachdem was ich sein will oder was ich brauche und nehme ich das dann halt vielleicht macht ja feuer bestimmten gegen der sohn der milch und eis bei anderen gegner wieder an anderen der menschen so was das ist eine feuerung ja 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 ich bin Heilen. Jo. Kommt hier irgendwas? Ne. Nur noch einen Brandstifter und einen Aufseher. Okay, ne. Ich hab da 50 Minuten. Sollte von der Zeit her eigentlich reichen. Das ist ein Rauschmeißer, okay. Zeit davor. Hm. Okay. Und neuer Checkpoint. Aber jetzt muss ich... Zwischen warten. Den er geht. Den Plünderer. Nächsten Checkpoint aus einer Sterbekonfläche. Nein, Süffler. Ich bin laut Karte bald durch. Oh Gott, das sind immer so viele. Na. Ja. Woh. Na. Lach. Uh... Na. Sieh ich das hier? 828. Lässt sich sehen, definitiv. Alles klar, der Esel. Hat er den jetzt kriegen? Ich hab den nicht fest geschafft, muss mir doch den aufstehen können. Ich weiß nicht, dass das ein Volt hat. Juuu. Ist das verschiedene Wege? Ne, das ist doch eine spezielle Abkürzung, oder? Ne, doch nicht. Dass die Steine nicht mitnehmen kann. Schade eigentlich. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Alles klar. Ich sollte auch immer sagen, dass ich eine einzelne Gegner nicht so was machen soll. Ich habe meine Warnung aber schon zurück. Oh, da sind ja zwei. Ich glaube da unten ist schon langsam das Ende. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Schnell aber. Das hatte mich recht. Das ist neu. Das ist neu. Alles klar, das ist für so eine Feuerruhne und da unten ist der Aufseher. Okay, natürlich kommt die zweite. Nein, der Aufseher kommt, scheiße. Wow, Alter, okay. Check this! Soll ich da eigentlich meine Heilung auf? Das kam mir eine Frage an. Okay, wenn er mich ranholt wird es gefährlich. Also langsam muss ich ihn besiegen. Alter! Ich hab's geschafft. Oh, der ist noch gegen ihn. Ja, ich hab's geschafft! Geil! Darauf erst mal ein NSP. Alter Schwede! 3587 selber. Nice! Und ich bin meinen Quest gut vorangekommen. Also meine Aufgaben hier oben rechts. Oh, was man hier ist. So. Ist eigentlich Stufe 3. Eigentlich hab ich nur Stufe 2 Waffen. Ähm. Wie sieht das aus? Kann ich denn schon Stufe 3 Waffen bauen eigentlich? Oder nicht da? Dann würde ich mich gerne Stufe 3. Das Gesellen. Allerdings brauch ich wahrscheinlich die Gesellen-Dingens noch, ne? Und das ist... Achso, ich wollte ja sowieso alles halten, oder? Ich guck einfach mal. Ich brauche... Kastanienplanken. Und Bronzerstangen. Ach du Scheiße. Ordentlicher Stoff. Ich brauche ich Flax. Und einfachen Stoff. Das heißt, ich muss... Top-Dinner kaufen. Mhm. Sollte hier eigentlich kein Problem sein. Da ist alles so. Ich brauche mal 2 zu 1. Hiervon habe ich schon mal ein bisschen was. Das heißt, brauchen wir vielleicht 140 von den anderen Dingern. Ich guck einfach mal. Einfach mal machen. Ja. Also ich brauch das? Ich brauch eigentlich nur das, ne? Sollte ich mich schnell hinweiten. Das war doch direkt da vorne drin. Wenn da vorne war... Doch, das war ja vorne. Flachs. Uh, das ist gar kein Flachs. Das ist Spungenwolle. Ah, okay, Moment. Dann muss ich noch andere Sachen sammeln. Wo finde ich denn Flachs? Warum bist du so langsam? Ähm... Also da finde ich 2 und 3. Ich glaub 3 ist Flachs. Das brauch ich. Was brauch ich noch? Ich will mir das mal aufschreiben. Irgendwie. Also, weil ich ja jeden Stab einmal haben möchte. Um nur zu gucken... Ne? Obwohl... Aber ich brauch Feuer. Oder geh ich auf Kran. Oder geh ich auf Verfluchten. Hier auf Verfluchten. Heißt, ich brauch 16. Das kann ich nicht. Das sind Level 3 Holz. Sourcen. Also, die beiden brauch ich dafür. Okay. Alles klar. Äh, nochmal aufgehen. Das heißt, ich brauch auch Kastanienholz. Sprich mal die beiden Stadtholz. Der Plankenholz hin. 32 mal. Und 16 Birkenholzplanken. Das heißt, 16 mal Birkenholz. Seid gut, vielleicht hab ich das tatsächlich sogar noch da. Das war aber erstmal nur das. Die Rüstung will ich auch Level 3 haben. Da brauch ich... Ordentlichen Stoff. Und zwar eins... Äh... 8... 6... 32 mal. 32? Ja. Nicht mehr Stoff. Ist gleich. Muss ich hier nochmal gucken. Muss ich hier nochmal gucken. Gleich 64 mal Plax. Plax. Plus. 16 mal einfacher Stoff. Den hab ich sogar. Schon, wo ich da die Aufschreihe habe. Den hab ich. So, jetzt guck ich mal den Birkenholz. Also Birkenholzpflanzen. Wie brauch ich davon? Hab ich. Okay. Also nur halt die höherwertigen Sachen finden. Und zwar Kastanienholz 32 mal und 64 mal Plax. Das find ich hoffentlich alles hier. Ah ne, Holz. Find ich da gar nicht, ne? Ich glaub Holz find ich nur... Holz und Dings find ich glaube ich nur hier. Oder drei von meinen Sachen. Nein, die ist noch mal geprägt. Entschuldigung. Facebook Erinnerung. Jawohl. So, hier hab ich ja... Ach, hier hab ich auch keinen Flax. Also hab ich hier erstmal noch Holz Level 3. Wovon ich ja... Zum Glück muss man alles brauchen. Ich muss wahrscheinlich aber dafür ein bisschen weiter weg. Geht mal weiter weg. Geht mal weiter weg. Schön sich auch Kastanien an hier. Das Rohrholz. Rohrholz. Da ist Birkel. Noch eine Birkel. Kalkstein kann ich noch gebrauchen. Das will ich auch noch mal zwischendurch mit... Das will ich auch noch mal zwischendurch mit... Alles klar. Oh, das ist ein Feind. Jetzt ziehe ich es mal kurz hin. Oh, das ist ein Feind. Ach, es ist ein Feind. Du hoohl sterne Beuge auch nicht. Das ist ein Feind. Das ist ein Feind. Alles Birkenhaus. Das sieht man ja auch in der Farbe. Du musst aber auch wieder mit 3 Holz geben. Ja. Werksteine. Nee. Kann man drauf. Ah, überall Kalksteine. Also Kalksteine gibt es ja nicht viele, aber was ist mit dem scheiß Holz? Ja. Alter, wie ist der Kallesteine ohne Ende? Oh Gott, ich bin schon viel zu schwer. Das sind die letzten Kallesteine. Ich muss ihm noch das scheiß Holz annehmen. Was ist das denn? Ach, das Kupferholz sah so anders aus. Oh, das ist so ein scheiß Kupferholz. Äh, Kupferholz, ja genau. Wo ist denn das scheiß Holz? Wie soll es Holz geben? Da wird drei Holz. Okay. Ein Zinn erst. Sandsteine. was soll ist das der menschmann die 54 das ist schon viel die lassen auch sein steine fallen alles klar okay ja 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 Kastanienholz, da ist es endlich. Jetzt macht ihr jeweils nur ein Prozent, d.h. ich kriegte noch viel mehr davon sammeln. Das habe ich aufgeschrieben, das zahlenhinhalte ich 32. Und jetzt mal zwei Prozent, scheiße, bin ich wohl da. Dann laufe ich halt ein bisschen langsamer, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer. Überladen sein kann man, das ist das Gute. Versuche mich zu überladen. Aber sobald ich reite, gibt es hier das erste Mal wieder einen Tippen auf. Jetzt sind wir die letzten, die ich brauche. Das ist klar. Ich bin 106 Prozent und jetzt, Zack, 69. Okay, ich habe davon jetzt genug, ich muss erst mal zurück in die Stadt. Hallo. Oh, scheiße, ist ja schnell, alter Scheiße. Oh, scheiße, ist ja schnell zurück. Oh, scheiße. Ich bin 106. Nu sieht das aus derld. Söge nicht Wolfgang Hy mucha, ist ja wirklich allein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020